Ja, und herzlich willkommen, liebe Magier und die, die es noch werden wollen, zur vierten Folge mittlerweile Audio Wizards. Ja, ich bin schon im Spiel, aber ich stehe noch im Intro-Fenster, also das Fenster, wo uns darüber informiert, hey, das ist ein Spiel, was auch Blinde spielen können, bla 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 bla. Ja, gut, viel möchte ich gar nicht sagen, würde ich sagen, los geht's in Folge 4. Ja, so, jetzt im Überspiel, ich möchte bitte Play, und ich möchte bitte den Story Mode, Level 13, okay. Achoo, ich jinxed it, it's freezing out here. Oh, ich hoffe, es ist kein Corona. Do you know what this situation calls for? That's right, hot chocolate. Oh, geil, ich mag Kakao. Just kidding, who would ever drink that rubbish? Äh, hallo? You know, I feel really generous at the moment. I'll make some tea for both of us. Ah, gut, tea ist auch okay, aber... Ach, schackel, das ist doch länger. So, try the bear in this cold until then, will you? See you soon. Ich hab keine Wahl, alter. Oh. Ahha. Ich dachte, er würde nie verlassen. Heh, wundering, wer ich bin, oder? Wer bist du? Keine Chance, dass du so alarmiert bist, Rookie. Du kannst mich als eine Faerie von Goodwill. Well, let's go to the chair, shall we? Listen, don't you find that old geezer irritating, eh? Quite demanding, isn't he? And while you're doing all the labor, he's hogging all the credit. The only thing he ever does is drinks tea and tell stupid jokes. Methinks we both want the same thing. Him gone. All it takes is just a good old whack on the noggin. Oh, and try to make it look like an accident, will you? I can handle the paperwork, heh, heh. Grundsätzlich bin ich... Also sagst du wahre Sachen, aber du bist unhöflich. Und ich hab was gegen Unhöflichkeit. Ey, 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 ich arbeite hier, was... Ah ja, okay. Watch out! Tea-Delivery coming through! Ach ja. Okay, danke. Ein Dickerchen. Ein Dickerchen kommt selten allein. Äh... Ein Perfekt-Hit! Oh! Heiuiui! Geh weg! Ah, dich darf ich nicht angreifen, ne? Super Gaudel! 85%! Oh, ich kann nicht sein... Super Spell belassen! Danke! Oh, Mann! A Perfekt-Hit! A Perfekt-Hit! Heheheheh... Hohoho! A Perfekt-Hit! A Perfekt-Hit! Hahahaha! Shit! Äh, wir wurden angehebt, ich hab das eine Ding nicht gehört. Okay, wir wurden einmal... So, wie war es? Meine spezielle Home-Blend-Tea-Brank. Wenn ich ein Teabusiness beginne, wäre das mein Hit-Produkt. Unglaublich wäre es wahrscheinlich nicht mehr, nachdem ich mich selbst trinke. Oh, ho, ho! Wie viele Sternchen kriege ich? Zwei, oder drei? Hotea in Teekold Winter Komplität. You go! Genießen wir kurz die Winter-Sounds. Okay. Zwei Sterne! Egal. All diese Intense-Teaching und Teadrinkung sicher ist eine Rolle auf diesen alten Körper meiner. Ja. Ich denke, ich werde kurz nacken. Wenn jemand daß, um meine Schlumber zu beschränken, nichts kann die Konsequenzen verhindern. Aha. So, was ever you will do, ich greife auch immer jeden anderen hinweg. Do not take damage. Oh. Got it? Okay. Okay, dann. Thanks. Now, see you in the dreamland. Danke. Okay. One T. Two T. Two T. Two T. Three T. Two Tassen. Yeah. Hello, Rookie. Now's a brilliant chance to blast him the smithereens. If you don't got what it takes to end him, just zap him a little and let the distortions finish him off. Oh, have my peace. Whoops, I better slip out before he wakes up. Don't disappoint me now, Rookie. You can have this. Ey. Ich hab nen Namen. Und du offensichtlich nicht, oder wat? Oh, man. Oh. Nee. Sorry. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Huh. Oh Gott. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Huh. Okay. Durchatmen. Ich bin Profi. Drüeren Leben gleich Harry Potter. Oh, nö. Drüter Gaude. 65 Prozent. Zack. Zack. Ehhh. 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 Oh, nice. Ja, schöne Schläfchen, ne? Super, klasse. Ach, du mit deinem Tee, du perfst mich. Wie gesagt, Harry Potter. Oh, ich glaube, wir haben einen Freund gewonnen. Oh, wie so denn? Ja, ja gut. Ihr werdet besser spielen, glaube ich. Ähm, aber wie gesagt, ich nehme das ja an mehreren Tagen auf. Ja, mein Gott, ich will ja auch kein perfektes Spiel jetzt hier machen. Aber es war schön gewesen. Verflixt. Los geht's. Meserfurt? He's one of the professors in the academy. What does he have to do with us? Come on, then. Oh, let's dance. Oh, ich bin nicht. Ich will nicht tanzen, eigentlich. Be careful. Meserfurt ist ziemlich skilled in Elemental Magik. Und seine Stamina ist bekannt, dass sie unlimitiert werden. Oh. Wieso machst du das nicht? Ich bin noch nicht bereit. Oh, Mann. Warte für die perfekte Möglichkeit, ihn zu counterattacken, bevor er seine Audio riecht. Okay, danke. Ja, gut. Scheiße. Ich kann nur eins, okay. Okay. He's out of energy. Show him. Lightning. Bad hit. Thunder. Thunder. Earth. Not bad. He's tired. Quick. Liquid. Earth. Okay. Shock. Oh. For you. Uh. Let it. He's out of energy. Show him. Shock. Shock. Nice shot. Brown. I'm off. Rain. Liquid. Keep it up. Flames. For you. It's tired. Quick. Quick. Yeah? Brown. Earth. Keep it up. Liquid. Liquid. Ignite. Ignite. Uh. Shit. Blames. 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 Scheiße. Das war jetzt. Ja. 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 Ich. Ja. Ja. Nochmal. Das war dumm. Das war ganz anderen mein Fehler. Brown. Dirt. Ich mag die Musik. Dirt. 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 Ihr seid! Sie sind weg! Das habe ich gemacht. Lighten! Dirt! Flames! Jetzt ist deine Chance! Get him! Thunder! 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 Lighten! Thunder! Liquid! Rain! Let me catch my breath! Flames! Ignite! Ground! Liquid! Liquid! Rain! Rain! No! Your chance! Get him! You did it! Okay! Let me handle the rest! No! What are you doing to me? So, now, tell me! Who sent you? Or I will not invite you to my birthday party! I'm just a henchman! How would I know? Huh! Can't argue with that! I guess we'll leave you! The henchman! Here then! All right, all right! I'll tell you! Uh, you know him well! It's... Aaaaaaah! A distortion portal! Oh no! It's taking him away! What is going on? By the Millie Henry's glasses! What was that? Unfortunately, we couldn't get much out of him! But someone certainly did send him! Whoever that is! The first boss! 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 Good! Ah... Number one! You go! The next trick! The next trick! I really don't know what got into Mezafort! I thought of him as a fine colleague! Never did I suspect him to be involved in something this dangerous! Mm-hmm! He was always so involved in everything within the academic council and all that! Oh well! We can investigate this after we have saved the world first! Show those distortions what you got! Ja! Ich zeige was ich kann! Okay, krass! Okay, krass! Digga hin! Digga hin! Digga hin! Digga hin! Oh, good! Yeah! Come here! Who used to beat it out! High Empire persuader! Really fun! Hä? Bad Heats! Hä? Hä? Das war wirklich der... Das war merkewürdig. Wir versuchen es nochmal. Oh! Hä? Das war nicht so gut. Oh, das war nicht so gut. Keep it up! Post! Hohoho! Hohoho! Not bad! Quick! Another spell! Oh! Eh, was da? A perfect hit! Oh no! Sorry! Oh! Quick! Another spell! Oh! By the way! Who? I'm sorry if you think of me like this. as an incapable teacher. I might be a bit rough and demanding at times. Wie gesagt. But at least you are showing good results. Don't you think? Nee. I just want my students to shine. And you sure do. Come on, champ! Let's go kick some distortion butt! Okay, gleich. Ja. Okay. Vielen Dank. Ich got zwei Stars. Also zwei Stars. Stare sind was anderes. Ich verabschiede mich aber erstmal von euch. Ich danke euch fürs Zuhören und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge.